Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Nachmittag vom 23. Juni 2021. Heute mit der Geek Talk Daily 1030. Und heute gibt es eine Spezialsendung, weil Lenovo ein bisschen was gezeigt hat. Vor einigen Tagen konnte ich unter NDA noch neue Produkte sehen, welche Lenovo am MWC vorstellen wird. Nicht physisch vor Ort, denn sie haben sich wie so einige anderen Firmen dafür entschieden, nicht eben in Persona da zu sein, sondern das Ganze dann virtuell vorzustellen. Was haben sie gezeigt? Sie haben unter anderem gezeigt, neue Chromebook-Modelle. Zwei an der Zahl, das Ideapad 51 Chromebook und das Ideapad Flex 5i Chromebook. Was sind das? Zwei sportliche, schnelle Chromebook-Modelle, die neu auf den Markt kommen mit unterschiedlicher Ausstattung. Das erste, das Ideapad, ist ein 14 Zoll Chromebook, was Tablet zusammenklappen kann, convertible-mässig. Und man als Tablet nutzen kann mit Stiften drumherum. Hat 8 GB RAM und 512 GB Speicher. Beides relativ wenig, aber da geht man ja in Richtung eben des Cloud Computing, aber auch des Cloud Speichers, wo, wenn man dann Internet hat, das Ganze dann gleich auf den Google-Servern landet. Das zweite Gerät, das Flex 5i, ist ein 13 Zoll Gerät, geht aber in eine ähnliche Richtung, respektive umgekehrt. Das erste ist ein normales Notebook, wenn man es so möchte, und das zweite ist das zum Zusammenklappen. Ich habe zu viele Geräte gesehen von Lenovo, die neu rauskommen. Auch vorgestellt und heute, also eben vor der offiziellen MWC schon lüften, darf ich das Lenovo Go Zubehör. Ich sage jetzt nicht Set, sondern Konsortium. Da sind einiges mit dabei. Zum einen sind das zum Beispiel USB-C Wireless Charging Pads, um euren Ultrabook, euer Laptop mit Strom zu versorgen. Das gibt es mit 10.000 oder 20.000 mAh, witzigerweise das kleinere erst im Oktober diesen Jahres, das grosse schon ab Juni diesen Jahres. Für 89 Währungseinheiten, das klingt auf jeden Fall spannend für mobile Rechner. Dann haben Sie auch vorgestellt Headsets, Tastaturen, die ergonomisch sind und mit irgendwie, keine Ahnung, schaut aus wie ein Stück Baum noch unten dran oder Kork. Das gleiche gilt für eine Maus, dann gibt es ein zusätzliches Zahlentrackpad, es gibt eine Transportbox, zwei neue Mäuse. Da liegt noch ein Headset, dann ein Headset mit In-Ear-Dingen, was mich aber am meisten interessiert hat. Und das hört auf den Namen. Wenn ich es denn dann finde, ich finde den Namen nicht. Es ist rund und kann als Wiedergabegerät genutzt werden für Telefonspeaks zum Beispiel. Also ein kleiner Mini-Lautsprecher, den man rund in der Umdrehung drehen kann und draussen blitzt und donnert es. Mein Gott. Ja, alles live hier. Ja, das waren so die ersten neuen Geräte, die auf die MWC hin vorgestellt worden sind. Wenn es dann noch weitere gäbe, würde ich euch das im Laufe der nächsten Woche berichten. Das war's mit der heutigen Spezialausgabe zu den neuen Lenovo-Geräten rund um die Lenovo. MWC, Entschuldigung. Genau. In diesem Sinne euch noch einen schönen und erfolgreichen Abend. Und wenn ihr mögt, gerne morgen früh dann wieder um 4 Uhr mit einer regulären und normalen Sendung. Bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.